Olaf hier, moin. Ich wollte euch mal was zeigen. Und zwar habe ich mir so ein Ultraleicht-Zelt gekauft. Das sollte jetzt auf einer Wanderung mit, weil diese holländische Bibi-Bag mit Bodenplane, mit Tarp, das wiegt schon. Und ich wollte mal was leichteres haben auf einer Wanderung. Und wo man zur Not vielleicht auch mal mit auf den Campingplatz gehen kann. Und ja, das Leichtere, das ich gefunden habe, ist eben dieses kleine Zeltje von Andeg, Ultraleight. Da sind Heringe angeblich mit drin. Ich habe das Ding selber gerade erst bekommen und gar nicht ausgepackt. Das machen wir gleich mal zusammen. Gestänge ist da keins drin, weil dafür werden die Wanderstücke benutzt. Also einen braucht man auf jeden Fall dafür. Und ich glaube, es gab am Ende, ist ein kleiner Stab dabei, aber den kann man durch den zweiten Wanderstab ersetzen. Aber das gucken wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Ich packe das jetzt erstmal aus und schauen mal, was da überhaupt drin ist. So, dann packen wir das mal aus. Jetzt nehmen wir einmal so eine Wand um zu. Okay, da sind schon mal die Heringe. Mal gucken. So Ultraleight Heringe hätte ich sonst auch noch. Mal gucken, wie diese sind. Ah, da ist noch diese kleine Stange. Aber ich habe in einem Video gesehen, die kann man auch durch den zweiten Wanderstock ersetzen, wenn man das auch noch sparen will. Wobei, nie ich nicht wirklich was. Okay, das sind die gleichen Heringe, die ich sonst auch nutze. Das ist gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Stück sind dabei. Das sollte ja wohl reichen. Das sind so Aluminium Heringe. Die sind ganz okay. Ab und zu muss ich mal einen ersetzen. Oder ich habe mal einen wieder verloren. Aber Gott. Gut. Ja, das hier ist Oberzweck. Das ist nicht alles irgendwie nix. Das ist total irritierend. Die Bänder sind da dran, inklusive solcher Spanne. Und das hier ist das Innenteil mit dem Moskitonetz. So, dann hole ich jetzt mal einen Wanderstock. Und dann bauen wir das mal auf. So, jetzt bin ich mal gespannt. Dieser Gurt ist jetzt irgendwie auf dem Wanderstock festgemacht. Machen wir mal schauen, wie hoch der jetzt muss. So, jetzt kann man das nochmal etwas besser sehen. Also wie gesagt, das hängt jetzt in der Schlaufe von dem Griff drin. Das kann man dann hier spannen. Ich weiß nicht, ob die Schlaufe jetzt selber noch zu lang ist. Die kann ich ja auch noch einstellen bei den Dekistücken. Weil das eigentliche Zelt liegt nachher hier auf diesem Kopf auf. Das ist, ich muss mal gucken, ob dieser Abstand hier, ob das jetzt gleich passt. Oder ob ich diese Schlaufe noch ein bisschen kürzer machen muss. Oh, die kriegen wir hin. So, da hier der Reißverschluss ist, würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie auch vorne ist. Ja, wahrscheinlich die Stockspitze rein. Wir probieren jetzt. So langsam wird das Wasser. So langsam wird das Wasser. Jetzt nochmal kurz zu diesem Thema mit dem Inzelt unserer Stange. Und zwar hat das Innenzelt dort hinten eine Schlaufe, die man über den Kopf von dieser kleinen Stange drüber macht. Weil dieses Inzelt kann auch völlig frei stehen. Wenn man im Sommer nur einen reinen Moskitoschutz haben will. Darum ist hier hinten auch nochmal ein kleines Bänkchen dran, was wir jetzt aber nicht brauchen. Weil jetzt spannen wir über das Außenzelt ab. Wenn das Außenzelt nicht drauf wäre, könnte man darüber spannen. So, diese beiden sind zum Aufrollen. Ich würde im Moment mal die Theorie aufstellen, dass man das hier auch noch durch machen kann. Ja, um das Innenzelt anzuheben. Mal gucken, wie viel Platz da drin ist. Das geht tatsächlich. Eigentlich ist das ganz erstaunlich. Also hier kann man noch irgendwie einen Rucksack oder die Schuhe hinstellen. Da unten habe ich auch genug Platz. Das ist auf jeden Fall nicht enger als im Biwak-Sack. So, nachdem ich das nochmal ein bisschen vernünftig abgespannt habe, macht das eigentlich alles einen ganz guten Eindruck. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist, hier unten war noch eine Schlaufe. Also eine Ölsette habe ich jetzt die Spitze vom Trekkingstock durchgesteckt. So, das macht jetzt alles einen vernünftigen Eindruck. So, jetzt kann der Regen auch vernünftig ablaufen. So, jetzt kann der Regen auch vernünftig ablaufen. Das wird dann natürlich noch eine Garnsheet, also eine Bodenplane runterlegen. Natürlich nicht so, dass sie außen rausguckt, weil dann läuft das Wasser erst recht rein. Aber allein um den Zeltboden nochmal ein bisschen zu schützen. Und dass man vorne, wo man die Schuhe abstellt und den Rucksack, kann man die Bodenplane jetzt nur noch ein bisschen hoch schlagen. Dass da, wenn es da außen mal spritzt, dass es da nicht irgendwie dagegen spritzt. Aber es ist doch erstaunlich geräumig da drin. Ich laufe mal am Zoom mit euch. So, das ist jetzt so die Rückseite. Hier kann man sehen, ist das Zelt nochmal an drei Punkten abgespannt. Wie gesagt, der Trekkingstock ist halt oben in der Spitze. Das erklärt dann auch die elf Heringe. Ja, was man eben vielleicht nicht so gesehen hat. Hier ist nochmal so eine Lüftungsluke. Da ist hier so ein etwas härteres Material, um die Luke aufzuhalten. Kann man aber auch schließen, aber die würde ich natürlich auch machen. Ein bisschen Luft kommt halt natürlich auch von unten ganz gut nach, weil das Zelt ja nicht eben auf dem Boden liegt. Obwohl bei diesen Temperaturen wird es da drin jetzt noch sehr schnell sehr kuschelig. Aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich so ein Wetter auch über Nacht hätte und man könnte davon ausgehen, dass es nicht regnet, dann könnte man auch nur das Innenzelt aufstellen. Dann bräuchte das Außen-Set eigentlich gar nicht oder beziehungsweise lässt es halt aufgerollt, damit man es zur Not nachts eben schnell zumachen kann. Aber der Insektenschutz ist ja trotzdem da. Ja, ich hätte mir im Internet zwei, drei Videos angeguckt. Englisch, da hatten die da auch mal richtig Wasser draufgekippt mit dem Wasserschlauch. Das war aber unproblematisch, also scheint in der Tat wirklich dicht zu sein. Ich wollte es halt nur als Wanderzelt haben, damit man doch ein bisschen mehr Schutz hat. Das ist doch einigermaßen unauffällig von der Farbe her. Es gibt ja von Gear Top auch diese Zelte, die sind zum Teil hier blau oder orange. Die sieht man ja natürlich aus dem Weltraum, wo das Grün hier ist. Ab einer gewissen Entfernung verschwindet das auch. So, ja, ich hole jetzt nochmal in diese Matte und wie besprochen und dann legen wir die da mal rein und dann nochmal probieren die. Jetzt zerquält es doch tatsächlich. Wenn man das alles, das ist auf die Tatsache viel zu warm ist. Weil es das im Zelt nicht besser wird. Ist doch echt okay. Ich mach gleich mal die Kamera ab und nehm die mal mit hier rein. Dann könnt ihr das mal von innen ein bisschen besser beurteilen. Aber, das ist okay. Oh, das hier gefällt mir gut. Man kann hier noch morgens oder so sitzen und kann hier frühstücken. Wenn es nicht regnet, ne? Sonst ist es schlecht. Ja, fangen wir mal an. Hier oben in der Spitze, wie gesagt, der Trekkingstock drin. Und hier unten steckt er ebenfalls drin. Ja, und jetzt sieht man, glaube ich, dass da noch so eine kleine Ecke frei ist. Da kommt was, was ich hier noch so. Kleine Tasche mit Handy und Akku und was man halt so braucht im Tun. So, da hinten ist, ja, im Prinzip kleiner 5 cm oder sowas. Und da sieht man eben auch die kleine Stange. Ein bisschen Luft kommt da hinten auch rein. Ja, wie gesagt, dass das Innenzelt an der gleichen Schlaufe hochgehalten wird. Hm, geht so. Ich habe noch irgendwo so einen Mini-Karabiner. Ich glaube, ich mache mir da mal so einen Mini-Karabiner dran. Weil irgendwie fällt der immer wieder raus, wenn man die anderen da versucht reinzumachen. Das gefällt mir noch nicht so gut. Reißverschlüsse laufen aber auch gut. Gut ist jetzt nichts. Das ist jetzt keine besondere Marke, die Reißverschlüsse. Das ist hier nochmal die Lüftung. Ja, wie gesagt, überschaubarer Platz. Aber es ist ja auch ein Ultraleichtzelt. Es ist ja auch nicht zu erwarten, dass man da jetzt hier ein Doppelbett reinstellen kann. Also mit Schlafsack ist das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr gefüllt. Aber... Also ich schlafe auch im Allgemeinen auf der Seite. Das habe ich eben ausprobiert. Das war okay. Also, im Gegenteil. Ich habe eigentlich nach oben raus mehr Luft wie in einem Biwaksack. Gut, bei dem holländischen Bivibeck habe ich noch ein bisschen mehr Kopffreiheit nach hinten raus. Da packe ich ja meistens Klamotten rein. Also wer auf dem Rücken schläft, hat vielleicht mal das Moskitonetz im Gesicht. Ich schlafe halt auf der Seite, da stürzt mich nicht. Ja, alles in allem würde ich sagen. Ersten Test bestanden. Aufbau ist eigentlich unproblematisch. Sollte man einmal jetzt gemacht haben. Deswegen mache ich es ja auch einmal vorher. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Und wie gesagt, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch nochmal eine Alternative zum Bivibeck. Alles klar, macht's gut. Und ja, bis bald nicht im Wald, sondern an der Küste. Alles klar, dass ich das nicht so mache. Es ist ein wenig. Aber ich schlafe. Aber ich habe überhaupt noch versucht, es einfach aufgeben. Aber es ist ja sehr wichtig. Aber wir können jetzt mal schauen, man ja ... 情be. Also, noch nicht. Aber die Bauchkabe... Aber ich habe ja partager. Vielen Dank.